Man steht immer vor unterschiedlichen Herausforderungen und oft ist es so, neues Gebiet zu betreten. Wir arbeiten im Team Ladesysteme an unterschiedlichen Ladetechnologien. Beim DC-Laden hat man hohe Leistungen, die man ins Fahrzeug reinschiebt, um einfach die Ladezeit gering zu halten. Beim Audi Wireless Charging handelt es sich um kontaktlose Energieübertragung. Das heißt, wir automatisieren den Ladevorgang. Der Kunde muss kein Kabel mehr stecken. Die Herausforderung ist, dass unterschiedliche Bereiche, die Energiewirtschaft, die Automobilindustrie, zu vereinen. Das ist auch das Wichtige, dass man Fachexperten von allen Bereichen hat. Dass man in den jungen Jahren schon gemeinsam mit erfahrenen Ingenieuren eine neue Technologie formt. Das ist nachher eigentlich die Bestätigung von dem. Ja, man hat richtige Entscheidungen getroffen, man hat die richtigen Visionen verfolgt. Mein Name ist Reinhard Beer. Ich arbeite im Team Ladesysteme bei Audi. Mein Name ist Reinhard Beer. Ich arbeite im Team Ladesysteme bei Audi. Interesse und Dr. Verrückte. Ich habe ziemlich die Vorur yumper careful mit eisen.